Wert Langschall Nein, hier, den angreifen Haha Viel Fliegerbonus Ja, also das ist manchmal Man kann die Gegenstände nicht so gut anklicken Manchmal klickt man so daneben und so So, Max, es gibt Berichte über ein verdächtiges Klonfahrzeug Beim Monarch Theater Oder was soll das heißen? Tetra Wenn du Goffin wirklich helfen willst Dann sauber jetzt die Straßen in deiner Nähe und hilf allen um dich herum Oder konzentriere dich darauf, das Klonfahrzeug zu suchen Das überlasse ich dir Viel Glück, Maxwell Spiel speichern, okay Du bist jetzt auf dich eingestellt Erkunde Goffin Und Hilfe Läutern Und Hilfläuten in Not Ja, gut Jedes Mal, wenn du zurückkehrst Entstehen neue Situationen Interessant Handlungsmissionen werden durch ein blaues Starlight Symbol angezeigt Aha Und das ist mein Rufpunkt Dings Bums Oh Angriffen Vielen Dank Ja, bitte Nee, den will ich jetzt nicht geben Ich geh mal hier runter Angriffen Alles kein Problem Komm ich hier rüber, oder? Okay Ach, das ist fliegen Nee, fliegbar Fliegen Fliegen Okay Ähm Oh, du wirst mich niemals besiegen Ach, du Scheiße Ach, du Scheiße Moment Nimmt der Eis, oder was nimmt der hier? Ähm Ach, du Grüne Nein, nein, nein Fliegend Ein Lasergewehr Könnte man jetzt nehmen, ne? Was ich vor uns hatte Geh Gewehr Ja, von Weitem Ist doch alles ganz chillig hier Oha Okay Ich seh den nicht Ich seh den nicht Den Angreifer Ach, das ist doch fies Oha Wütender Eisatmender Crazy Ja, wütender Aktiv Ruhig Ähm Ähm Tja, was könnte man da Ist das mit den Ruhig Hat nicht so geklappt Lasergewehr Ist auch nicht so ein Bringer Unverwundbar 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 Hä? Warum? Fliegend Hab ich doch schon Hm Ja, ruhig Okay Ja Hilfe Willkommen beim Bettencomputer Suche nach Deinen Lieblingscharakteren Lese über sie Schaltekostübe Für Wechselfrei Okay Dieser Wahnsinnige Der bei Taka Jedoch Ein Talentator Maler Ist Sie sitzt Zu einem Künstlerischen Schockvergeister Ein Kriminelles Superherl zu werden Und eines Tages Der Sieg wird Soit die Auf Super Wellen What Wellens Zu weit Zu drehen Paul Tiger Befindet sich Oft Im Zwieswist Mit Batman Und Robin Und Widerlässt An mehreren Tatorten Gemälde Als Hinweise Crazy Groot Breach Ist mit Einen Speziellen Helm Ausgelärt Der Laser Aha Und Blendende Gesichter Abführen Kann Außerdem Verwügt Er über Die Fähigkeit Opfer Die von Seinen Und Werden Zu Hypnotisieren U G Was stehlen Hm Was könne man da bauen Um den Aufzuhalten Käfig Ein Käfig Äh Gäfig Gar Oder ein Polizist Achso ich soll es eigentlich machen Na Was ist jetzt von Batman Oder Neil Superman Genau Ich hab's glaube Falsch geschrieben Genau Böser Dark Fist Ah Ne Garg K.L Man of Seal Ja Ja Ah Der fliegt ja So und so schon Yeah Guck mal was ich nicht alles schaff Ne Ja Superman Ich kann aufliegen Siehst du Moment mal ich guck mal Wählt das Ja Moment so Ja und da So die haben wir gerettet Was ist hier drüben Es ist mit dem Typ Hallo Verwende das Bettmobil um das Güter Um den Güter Zu zerstören Warum Um das Güterbahnhof Das ist für eine deutsche Übersetzung Verwende das Bettmobil Um das Güterbahnhof Zu zerstören Hä So verwirrender Geht's ja nicht Ne Also Hm Warum steht's hier oben eigentlich Der fronender Schneesturm Was ist denn das hier eigentlich Der Mag Magno Magneto Oder Was ist das hier Magno Wie Cosmic Boy Stammt auch Magno Magno Latt Vom Magneten Boal Und kann Magnetismus Beeinflussen Er ist ein Mitglied der Legion of Superheroes Sieh auch Cosmic Boy Legion of Superheroes Geil Guck mal Ja Da sollst du nicht Streuen Gehen Nee Verwendet das Bettmobil Ich muss sie ja nicht Hä Wie Wie Warte Warum Verwendet das Bild Und das Güter Waren Reiten Vor allem Reiten Okay Fährt sich ja Wunderschön Angreifen Wom soll ich ihn Angreifen Ist das Ein Böser Eigentlich Superhero Das ist ein Held Güterbahnhof Achso Wenn ich da drauf Klicke Dann Güterbahnhof Wom soll ich ihn Angreifen Ehhh Das verstehe ich nicht Moment hier Das Ding stört mich Ein Wenn Die Das Ding stört mich da Hat nicht Haben Gebäude Sind Gefahr Hm Okay Hallo Klettern Was ist mit dem Typ bloß hier Was ist denn der für Typ Lock up Lock up alias Lilly Bolton ist ein Meisterverbrecher Der jedes Gefängnis Oder Seht es die Mürden kann Ne ja Man fängt Häufig andere Verbrecher Was ist der Jagd Und fängt Häufig andere Verbrecher Ich denke Das ist ein Meisterverbrecher Hm Siehe auch Eine Keine weiteren Daten Okay Sehr hilfreich Ehh Aua Aua Hallo Was ist denn das Katzen schießen Der Apfelbaum Moment 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 Hund Häufig Wie äh Großer Hund Hä? Wolf Wolf Ha Ja Was ist denn mit einem Apfel? Nein Nicht klettern Okay Ich weiß keine Ahnung was ich hier mit dem machen soll Erstmal wollte ich ja So mit dem hier Was hat er denn? Stehlen in Was hat er denn? Diese Gebäude ist beschädigt Ähm Ähm Hm Was kann man da machen? Ähm Was kann man da machen? Teenager Teenager Was hast du denn? Wer könnte so weit das Gebäude haben? Aua Seltsames Gerät Wo denn? Wo denn? Verwirrt mich doch nicht Da ist ne Bombe So Okay Seid der denn mit? Oh nein welchen Draht kapst du nun? Interagieren Interagieren Naja Bomben Entschärfer Hm Geht das? Bomben End End Wie nennt man denn sowas? Soll ich so Soll der Hulk Soll der das hier Futtern oder was? Hm Aktive Bombe entdeckt Okay So was Verwenden das Blende um das Gebüte Um das Um das Gütebahnhof zu zerstören Ich glaub ich sollte es nicht verwenden um das zu zerstören oder? Okay Ähm Verwirrt mich Ah Ich glaub da muss ich 5 fliegen Abstecken So Interagieren Gefahr abgewendet Waaaah Schön Was macht denn der her? Die Gestütze Hm Hab keine Bombe gekriegt für die Bombe ne? Äh Von Von City Bank Police Department Hm Was bist du denn hier? Milchmann Und sagt der Milchmann dieses Gebäudes beschädigt? Rauchende Ah nützlose rauchende Ein Feuer Wer Wer Wermann Hm Was ist denn davon? Na du hier Na du hier Wohinst du hin? Da Lüschern 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 Irgendwie Warte mal Geht das? Immer rauchend? Ne Hm Hhhh Benutzen Geben Hier Gibt Feuerlöscher Wird das nicht ich kann schon was ich machen soll am besten ja warum nicht ich mache jetzt hier so eine aufnahme pause und verteidigen missionen ok ich hoffe mal das wird hier gespeichert lernprogramm also ich hoffe mal dass es nicht irgendwie hier so das gespeichert wird wenn ich dann nicht und ansonsten könnt ihr gerne halt schreiben was ich gerne ausprobieren sollte warum ist denn da oben eigentlich so eine krone da komisch aus beim haus vor allem und ja ja ich denke mal ich mache jetzt mal erst mal eine aufnahme pause und ihr könnt gerne kommentare schreiben oder ja schon cool was ich denn da machen soll und so und ja bis später ne also tschüss